Wer sich mit dem Thema Laufen beschäftigt, der erkennt sehr schnell, dass man hier mit seinem Körper viel Gutes tun kann. Es lassen sich Kalorien verbrennen und so zusammen mit einer gesunden Ernährung lässt sich dann letztendlich auch abnehmen. Wichtig ist, dass man ein Kaloriendefizit erreicht und ein Laufband ist die Alternative für diejenigen, die nicht draußen laufen möchten oder den Gang ins Fitnessstudio eben meiden möchten, sodass dann das Training zu Hause tatsächlich stattfinden kann. Sportstech ist ein Anbieter von derartigen Laufbändern. Das Laufband F31 möchten wir hier einmal in diesem Ratgeber vorstellen. Es handelt sich hierbei um ein Laufband der mittleren bis hohen Preisklasse. Es wird mit Pulsgurt geliefert und verfügt über eine starke und insgesamt dennoch geräuscharme Motorleistung, sodass zu Hause ein störfreies und entspanntes Training möglich ist. Betrachten wir einmal die Ausstattung. So lässt sich sagen, dass wir hier ein 5,5 Zoll Display haben. Mit einer speziellen Fitness-App lässt sich das Ganze nutzen, um die Trainingsfortschritte eben besser festhalten zu können und zusätzlich mit einem Tablet oder einem Smartphone lässt sich das Ganze erreichen. Das Modell wird also mit Pulsgurt geliefert und verfügt auch über eine MP3-Funktion und Lautsprecher. Die maximale Laufgeschwindigkeit hier ist 16 kmh. Der Motor erreicht dabei Spitzenwerte von rund 7 PS. Wir haben hier auch eine 6-Zonen-Dämpfung, wie bei dem Hersteller üblich, um die Lauffläche dann eben sehr angenehm und gelenkschonend zu gestalten. Hinzu kommt noch eine integrierte Belüftung. Wir haben zwölf Trainingsprogramme, die das Ganze dann in Sachen Ausstattung abrunden. Wir haben in der Infobox nochmal alle notwendigen Informationen und den besten Angebotspreis reingepackt. So möchten wir uns noch einmal die Verarbeitung und die Nutzungseigenschaften anschauen. Sehr viele Bewertungen sprechen von einer sehr hochwertigen Verarbeitung und einen recht unkomplizierten Aufbau. Zudem haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze zusammenzuklappen und so zu Hause sehr einfach und schnell unterzubringen. Auch der Transport innerhalb der Wohnung ist durch die Rollen sehr einfach geregelt. Zudem arbeitet das Gerät sehr geräuscharm, was ebenfalls viele Erfahrungsberichte bestätigen. Dies zahlt sich letztendlich aus und die maximale Laufgeschwindigkeit spricht vor allem Hobbysportler an. Diejenigen, die etwas mehr Leistung bevorzugen, sollten sich hier vielleicht für ein anderes Modell entscheiden. Aber gerade für diejenigen, die eben mit dieser Maximalgeschwindigkeit von 16 kmh gut zurechtkommen. Und auch für diejenigen ist das Gerät hier sehr, sehr gut geeignet. Auch die Größe der Lauffläche wird sehr gut angenommen und die unterschiedlichen Trainingsprogramme, die wir hier haben. Und auch die Tatsache, dass wir hier MP3 Musik oder auch eben über die Lautsprecher dann Musik spielen können, kommt sehr, sehr gut an. Das Preis-Leistungsverhältnis für dieses Laufband, welches bereits unter 600 Euro erhältlich ist, ist letztendlich sehr, sehr gut. Und wir haben unten in der Videobeschreibung, wie erwähnt, nochmal alle Informationen reingepackt und den Link zum besten Angebotspreis, den wir im Preisvergleich finden konnten. Ein Laufband, das ein sehr gutes Laufgefühl bietet, geräuscharm arbeitet und eine Preisleistung bietet, die sich im Vergleich sehen lassen kann.